Mein Name ist Karl Studer, ich bin Psychiater und Psychotherapeut in der Praxis. Ich war während 27 Jahren der Nachfolge von Herrn Professor Kuhn, Klinikdirektor der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Karl Studer verschränkt seine Arme vor der Brust. Er spricht nicht gern über die Medikamentenversuche seines Vorgängers, den er 1978 ablöste. Warum eigentlich nicht? Wir sitzen in seiner Praxis in Kreuzlingen, im Kanton Thurgau. Eine halbe Stunde gibt er mir für das Gespräch. Professor Kuhn hat das erste Antidepressivum, das Dofranil, entdeckt, kann man sagen. Und deshalb war Münsterlingen dafür berühmt. Und Herr Professor Kuhn wollte ja auch noch weitere Antidepressiva kennenlernen und suchen usw. Und hat halt auch Substanzen geprüft, die ähnlich sind. Seitdem die Psychopharmaka existieren, sind die Kliniken leer geworden. Zum 1. Januar 1978 wurden in der Schweiz die Richtlinien der interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel zur Dokumentation und zur Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin eingeführt. Davor gab es nur wenige Auflagen für klinische Studien. Aber eines brauchte Roland Kuhn für seine Medikamententests auch schon vor 1978. Das Einverständnis der Testpersonen. Doch ob er es, von wem und unter welchen Umständen bekommen hat, das ist ungeklärt. Es braucht ein Verständnis des Betroffenen, ist ja klar. Und die Kinder, vor allem kleine Kinder, sind noch nicht testierfähig oder handlungsfähig im juristischen Sinn. Und da ist die Frage, wer entscheidet, wozu und so weiter. Das ist schwierig. Und darum sind auch die, sagen wir, Medikamentenentwicklung für Kinder immer schwierig, dass man sagt, bei den Erwachsenen wirkt das so, vielleicht ist eine kleinere Dosis bei Kindern eben auch so. Es gibt auch depressive Kinder, nicht? Es gibt auch psychotische Kinder. Es gibt auch Kinder mit schweren Angstzuständen. Da fehlen uns vielleicht die Versuche. Wann haben Sie selbst zum ersten Mal von diesem Medikamentversuchen erfahren? Ah, das wussten wir immer natürlich, dass da geprüft wurden. Aber wie er das gemacht hat und wie die Umstände waren, das war seine Sache, nicht? Wir waren froh, dass es diese Medikamente gab. Aber dann ist ja schon wieder dieser Zweck heiligt Mittel. Nein. Nein, da muss ich Ihnen sagen, das hat mich nicht interessiert, wer das gemacht hat. Ja, das war seine Sache. Und wir haben uns noch nicht ausgetauscht. Das war nicht meine Aufgabe zu überprüfen, ob er korrekt gehandelt hat.